Es war einmal ein Polizist, der seinen Freund besuchte. Was für ein schöner Tag heute. Wollen wir nachher ein Bier trinken? Plötzlich kommt ein Dieb und haut sie bewusst los. Oh, das tut mir aber leid. Der Dieb starrt den letzten roten Röhrenfernseher der Welt. Die Polizisten rufen Verstärkung, doch die Verstärkung kann nicht kommen, weil alle im Einsatz sind. Also versuchen die Polizisten den Dieb selbst zu fangen. Auf der Straße sehen sie den Dieb um die Ecke laufen. Und die Polizisten rennen hinterher. Hände hoch! Wenn ich die Hände hoch mache, dann lasse ich doch den Fernseher fallen.